Mainz ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Man lebt hier wirklich gerne, aber Mainz hat auch ein ganz großes Problem. Mainz hat nämlich viel, viel Lärm. Der kommt einmal aus der Luft durch die Flugzeuge, der kommt von der Straße, von den Autobahnen vor allen Dingen und der kommt auch von der Bahn. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auf allen Ebenen was dafür tun und dafür sind auch alle Ebenen wichtig. Dafür ist die Europa-Ebene wichtig, der Bundestag natürlich, die Landesebene, aber vor allen Dingen auch, was macht die Kommune vor Ort. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier grün zu wählen. Damit Mainz Deins bleibt. Am 25. Mai grün wählen. Bis zum nächsten Mal. Am 25. Mai grün kämpßen.